Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Ja, und diese Woche ist endlich mal was passiert. Wochenlang oder monatelang, kann man wirklich dazu sagen, ist wirklich ein Scheißdreck passiert. Und das sage ich jetzt wirklich hier ganz deutlich, es ist ein Scheißdreck passiert. Wir waren die ganze Zeit in einer Range gefangen und diese Woche haben wir aber was für einen Breakout gesehen. Es ging zeitweise hier über 20% nach oben in der Spitze. Wie es jetzt weitergeht und was überhaupt die Gründe dafür waren, das schauen wir uns im heutigen Update-Video an. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoin. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr Updates, auch zu XRP natürlich, kommt da gerne rein. Link unten in der Videobeschreibung. Gut, damit würde ich sagen, starten wir direkt durch. XRP ist diese Woche oder tradet jetzt momentan bei 0,43 US-Dollar Cent. Wir waren in der Spitze bei knapp 0,50 US-Dollar Cent. Also wirklich ein impulsiver Pump, wenn wir uns das mal ganz kurz prozentual anschauen. Vom Beginn des Pumps bis nach oben ging es sogar 32% hier nach oben. Unglaublich, was diese Woche hier passiert ist und das innerhalb kürzester Zeit. Wir haben hier diese Woche komplett den Markt erst einmal outperformed, zumindest vorübergehend. So, was waren die Gründe dafür? Natürlich schauen wir uns das jetzt erstmal ein bisschen charttechnisch an, was da überhaupt der Anlass dazu war. Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass wir hier unten, dieser Bereich, um 0,34 bis 0,35 US-Dollar Cent, dort lag unser Golden Pocket. Das heißt, hier war unser Top-Einstieg gewesen und seitdem haben wir so einen kleinen Abtrend gebildet. So, das war aber noch nicht alles. Da könnt ihr euch ja draußen noch erinnern, dass wir hier dieses Falling Broadening Wedge über Wochen, und ich sage hier wirklich Wochen, seit dem 22. Januar haben wir dieses Pattern gebildet, immer wieder hier oben rejected worden sind und dann kam eben dieses Breakout. Und natürlich war am Anfang noch nicht so wirklich viel Volumen drin, aber ihr seht hier, sobald wir hier oben draus waren und dann diese Range hier bei den 0,3950 angetestet haben, da ging es dann wirklich flott. Natürlich, was ist der Grund? Hier oben lag eine Menge Short-Liquidität, das heißt viele, viele shorter über Monate. Und das will ich euch jetzt auch nochmal zeigen, man redet hier wirklich über Monate. Seit letztes Jahr im Juni haben wir immer wieder eine Rejection gesehen. Klar, wir hatten hier oben mal dieses Breakout, aber auch hier, wenn ihr euch das mal das Volumen anguckt, Volumen hier war nicht so groß wie diese Woche. Also da ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Außerdem haben wir natürlich dann auch noch einen Haufen XRP-Transaktionen gesehen, was ich so ein bisschen in den Gruppen gesehen habe, dass viele auch auf Unknown Wallets gesendet wurden, also auch von Börsen teilweise runter und nicht gerade wenig so. Und da wurde ja auch schon überlegt, ob das Ripple himself war, die das gemacht haben. Kann man natürlich nicht bestätigen, aber stand im Raum. Und daraufhin haben wir diesen gigantischen Pump auf jeden Fall gesehen. Was mich ein bisschen an diesem Pump noch stört, war, dass wir nicht die 0,50 oder 0,51 US-Dollar-Cent angetestet haben. Dafür gehen wir mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, schauen uns das mal ganz kurz an. Und zwar hier oben haben wir immer noch so ein bisschen diese Abverkaufszone mit sehr, sehr viel Liquidität liegen. Das wäre persönlich das beste Ziel gewesen, wenn wir da jetzt sofort rangekommen wären. Das heißt, den ersten Peak nach oben sehen, Liquidität entziehen und dann nochmal einen Rücksetzer sehen. Aber das ist nicht so weit gekommen. Jetzt haben wir hier natürlich einen großen WIG hinterlassen bei den 0,4920 ungefähr. Das heißt für uns, da gehen wir jetzt wieder auf einen kleineren Time-Frame runter, diese Konsolidierung, die wir jetzt haben, sollte jetzt erst einmal dazu führen, dass wir zumindest erstmal die Liquidität hier oben, den WIG nochmal bis 0,51 US-Dollar-Cent füllen und dann den Retest ungefähr hier bei den 0,40 US-Dollar-Cent vollziehen. Der Support muss dann halten. Wenn wir da runterbrechen, sieht es wirklich bearish aus. Also ganz ehrlich, dann sieht es wirklich bearish aus, dann würde ich mir wirklich Gedanken machen, ob das Ganze hier wieder nur einfach ein Whale-Spiel war mit Pump and Dump und sowas. Ist noch zu früh, das ein bisschen zu behaupten. Wichtig wäre jetzt erstmal, wir holen jetzt die Liquidität über diesen hoch, gehen vielleicht bis 0,51 hoch und dann die 0,40 US-Dollar-Cent durchbrechen. Und dann gilt wirklich einen richtigen Abtrend zu starten, damit wir auch wirklich endlich mal Kurse sehen über 0,50 Dollar. Und sobald wir hier oben wirklich diesen 0,50 US-Dollar-Cent-Marke knacken, also 0,51 sind es, um genau zu sein, seht ihr auch hier, das war unser letzter Widerstand hier oben, dann kann es hier wirklich relativ flott gehen und dann sehe ich hier auch Kurse bis, sogar wenn wir jetzt ein bisschen weiter in die Vergangenheit sehen, hier oben diese rote Linie bei 0,91 bis knapp einen Dollar. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir wirklich solche Kurse sehen. Das ist jetzt nicht nur Clickbait oder sonstiges, was ich hier sage. Es sind Möglichkeiten. Und um das vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher zu zeigen, wir ziehen uns mal das FIP-Level von unserem, ich sage jetzt mal, letzten Pump bei 0,55 bis zu unserem Dump bei 0,30 und schauen uns einfach mal so die FIP-Zonen ein bisschen an. Und das hat bei Bitcoin sehr, sehr gut geklappt, auf zwei Ripple klappt. Schauen wir jetzt erst einmal, dafür muss, wie gesagt, die 0,51 brechen nachhaltig, dann sind diese Level wirklich valide für mich. Und da seht ihr auch schon, okay, das 1,618er bei den 0,71 passt hier sehr, sehr gut auch mit diesem Widerstand. Bei den 0, warte, jetzt muss ich, huch, so, das ziehen wir mal ein bisschen rüber. So, das 1,4, 1,4er, sorry, passt hier sehr, sehr gut mit dem Bereich um die 0,67 US-Dollar-Cent. Und auch hier kommt dann unser Downtrend auch noch in Gange. Also ihr seht, wir haben schon noch einen Weg vor uns, bis wir hier die 1 Dollar wirklich knacken können. Aber es nähert sich so langsam aber sicher möglicherweise ein Ende von dieser langeweiligen Transaktionsphase. Und wenn ihr das jetzt hier ein bisschen seht, ich weiß, es ist ein bisschen schwer gerade, merkt euch einfach die gelbe Linie, die liegt momentan hier eben bei den 0,53. Das heißt, wenn wir hier dieses letzte Hoch da oben rausnehmen, haben wir einen Breakout. Und dann sind auch die Ziele vom 1,618er bei den 0,71 US-Dollar-Cent oder das 2,618er mit eben hier oben dieser größeren Zone bei 1 Dollar wirklich im Bereich des Möglichen. Ist alles noch ein bisschen Zukunftsmelodie, aber ich würde es auf jeden Fall mal im Blick behalten die nächsten Wochen. Es sieht momentan bullisch aus. Wir müssen, Prämisse Nummer 1, mindestens die 0,51 US-Dollar-Cent durchbrechen. Best Case wäre, wir testen nochmal die 0,40, kriegen dann einen Breakout über die 0,51, über diesen Downtrend und dann gib ihm Richtung 1 Dollar. Es ist nicht wirklich unwahrscheinlich, deswegen warten wir einfach mal ab, was passiert. Ich bin auf jeden Fall, diese Woche war ich extrem hyped und das Hottel-Portfolio hat sich endlich mal gefreut. Also ja, mal gucken, wie es auf jeden Fall weitergeht. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was denkt ihr? Sehen wir wirklich nachhaltiges Breakout bei XRP? Sehen wir möglicherweise wirklich die 1-Dollar-Marke? Es wird sich zeigen. Und was, um nochmal ganz kurz die News dazu, die Gründe waren oder auch mit die Gründe, sag ich mal, für den möglichen Pump. XRP Ledger wird immer weiter mehr genutzt und dann noch ein kleines Rechtsstreit-Update, dass es dann auch wieder hieß, könnte, ihr wisst ja die Laie, jede Woche wird hier gesagt, das Gerichtsverfahren ist zu Ende, warten wir es ab. Ich kann mir aber, wie gesagt, vorstellen, ich habe, glaube ich, gesagt, Anfang des Jahres, zweites Quartal rum, sollte das dann geregelt sein. Und so wie jetzt momentan der Pump ist, könnte es möglicherweise nicht mehr lange dauern. Dann würde ich sagen, das waren sehr, sehr gute Abschlussworte. Heute, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, Zuschauen, liken, abonnieren, teilen. Ihr kennt ja die Masche, Freunde. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns zum nächsten Video wieder, beziehungsweise für alle XRP-Freunde, nächsten Freitag auf jeden Fall wieder. Das war es von mir und bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay quick.